Was brauchen wir circa? Ja, ähm... Dass bevor es dunkel wird, das Glas fertig ist. Mach mal. So. Schön wäre es jetzt natürlich noch in diesem kurzen Letzt irgendwas, einen Monsterraum zu finden. So. 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 Kommt ins Häuschen rein. Ja, also... Direkt unter unserem Berg ist eigentlich nicht viel, aber davon ist sehr viel Lava. Oh, Lava klingt lustig. Ich versuch mal einen Eingang zu machen. Ja, versuch den Eingang zu machen. Ich versuch unser Häuschen sicher zu machen. Ja, okay. Hier. Ich mach mal so eine Wendetreppe. Mhm, ich baue in der Zeit ein bisschen Glas und Türen fürs Haus. Damit man da wirklich sicher ist. Oh, wenn der schon mal so rumliegt, nehmen wir ihn mit. Ha, wir haben einen Kaktus. Lol. Sieht aus, als würde er nach Öl bohren. Ich hab das Eisen von der Höhle geholt, die du von unten. Äh, ja, ich hab sieben Eisen. Ah. Und es wird wieder dunkel. Ich hab' vergessen, Betten zu machen. Wenn's Nacht hört, mach mal das. Ach so, ja, wir haben hier jetzt gleich die vier Wände, also kann man hier. So, ich bewege mich grad wieder. Die Crafting-Box nehmen wir auch mal mit. Jetzt ist die, ach, da ist er. Die Kiste wär' vielleicht auch mal nicht schlecht. Schön, das Glas natürlich falsch. So, jetzt hatte ich gesagt, eine Kiste wär' nicht schlecht. Mehr als eine Kiste ist bei dem Holz verriert noch nicht drin. So, ich verwende eben wieder den Gravel-Trick da. Oder Sand, je nachdem. Irgendwie bin ich heute irgendwie in falscher Baulaune. Der Gravel-Cheat, kann man eher sagen. Anstatt Trick. Weil ich definiere Cheat eh ein bisschen härter als andere Leute. Ich find' ja schon Ali-Leitern, also ihr kennt Ali-Leitern, diese Leitern mit der einen Lücke dazwischen. Die nenn' ich ja auch schon Cheat. Das sieht übrigens... Gibt's doch nicht. Ich schau' mal wieder nach oben. Der Herr Programmierer Notch, genauso wie ich, und er hat scheinbar nix gefunden. Du hast gesagt, dass in... Es ist schon nacht. Jo, es ist schon wieder dunkel. Ui. Ich hab Wolle, ich mach uns eben zwei Betten. Die Craft-Dingbox hast du mitgenommen oder? Ja, die hab ich eingepackt. Ah, für zu. mal ein bisschen was von dem Zeug in die Kiste packen ich leck mich schon hin ja ich gleich auch konnte auch noch nie nebeneinander das war keine Absicht können eigentlich auch hier so ein keller in der jahr durchwohlen darf und die Ecke gelassen vorausgesetzt da ist überhaupt eine Höhle sonst haben wir umsonst auch Fenster fertig so auch Fenster sind auch fertig so jetzt habe ich allerdings wenig Lust neben ihm ja ich mache mal bei mir kurz Aufnahmepause und schauen wie lange ich noch aufnehmen kann ok mach das ja das könnten wir eigentlich gleich auch mal kurz machen ich gucke mal ob ich das nebenbei machen kann das dauert nicht lang ihr seht jetzt wahrscheinlich entweder mein Desktop oder ihr seht gar nichts ach ich kann noch sehr lange aufnehmen gucken wir doch mal wie es hier unten aussieht irgendwie löhlich könnte man vielleicht irgendwann mal einen Keller rausbauen aber momentan würde ich eher sagen wir bauen das zu und wenn er dann das nächste mal reinfüllt wir spielen schon seit 46 Minuten schön in weiteren 40 Minuten muss ich dann eben die Videos Rändern dann weiter aufnehmen kann was hast du für eine kleine Festplatte ich habe eine große aber ich habe richtig viel drauf müsste hier einige Spiele denn installieren bis jetzt ist die das Video 16 GB groß also zusammengezählt und das doch gar nichts ja aber ich habe so viele Spiele hier also ich habe speziell fürs Let's Play habe ich ja drei externe Festplatten jeweils zwei äh Terabyte und dann hast du Glück ich habe hier bei mir ein Terabyte aber ich habe sehr viel Müll und müsste mal ausmisten was hat man der Tür weil das so viel ist ja dann lass jetzt aber auch was machen und nicht die ganze Zeit so rumstehen ja ich jetzt wieder machen wir jetzt machen wir jetzt das mit dem Keller können wir machen oder die Wand okay die Betten nehmen wir mit oder die können wir da lassen ja die können wir hier lassen so aber das ist eigentlich mit dem Eisen hast du es schon verwendet nö das liegt in der Kiste mach mal rutsch so jetzt füllen wir uns einfach mal hier durch noch mehr Kohle kann ich schaden ha ist ja viel gräbt der irgendwie schneller als ich ach der hat sich wahrscheinlich eine Eisenspitzhacke gemacht lol äh ich geh mal kurz neue Spitzhacken machen ich bin da nicht mehr irgendwie hab keine mehr bin auch eine mit bitte ja ich muss ich muss vorher nur schnell noch Holz farben weil da hab ich auch nix mehr okay Holz ich hab 52 ach ich nehme schnell den einen Baum hier vorne das reicht dann erstmal wieder ab okay ach du heute in die Kiste ich hab zwölf ich mach mir noch nicht wir finden wir hier sowieso sehr viel Kohle und brauchen dann auch Fackeln da noch den Baum am besten von der neuen Kohle könnte ich gleich auch noch wieder mal ein bisschen Fackeln machen die werden jetzt bestimmt gleich drauf gehen wenn wir da eine Höhle erkunden und sobald wir mit den Bäumen zurück sind werde ich auch mal wieder für den Tag abbrechen hier und wir sehen uns dann morgen wieder ihr kennt das ganze Prozedere ja talala und hopsasa und da sind wir wieder da und tschüss bis morgen aus es 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 Vielen Dank.